Welchen Wassereonisierer benutzt du denn zu Hause? Das ist jetzt ein bisschen untypisch, weil ich natürlich als Fachmann auf dem Gebiet praktisch alle drei Wochen ein neues Gerät zum Testen zu Hause habe. Im Moment habe ich den ECA Plus, der ist natürlich ein schickes Gerät, weil man damit auch noch Funktionswasser machen kann für alle möglichen Zwecke, Hygienezwecke und so weiter. Das ist natürlich jetzt für einen Spezialisten wie mich das Richtige. Aber ich habe jetzt schon wieder zwei andere Geräte daneben stehen, die ich dann anschließen muss, weil ich schreibe auch die Bedienungsanleitungen dafür und dazu muss man die Geräte kennen. Und was ich jetzt neuerdings immer tue, dass ich das ionisierte Wasser auch nochmal booste. Also so tagsüber, da fülle ich mir dann hier basisches Aktivwasser rein mit ungefähr 1200 ppb und lade es dann hoch, dass es über 2 ppm hat. Bis zum nächsten Mal.